2. 3. 4. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 14. 14. 15. 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 Ein, zweimal langsam und dann so. Gut so. Härter? Littlinger. Der war gut, also. Härter? Schmerzmachlich, ja. Das zieht viel mehr, das hält nicht lange. Dani, wie fühlst du dich? Gut. Und du? Ja, es geht noch. Komm her, ey. Oh, passen wir ein, Massen. Ja, und das ist unser Verwärtsling, unser Spanner, Alter. Der ist der Liebste von allen. Ja, aber doch. Kannst du Zähne zusammenbeißen? Darf ich mal richtig brutal? Ja, du stehst voll drauf, ne? Ja, Mann! Wenn ich noch einmal mache, ich schon wieder. Weißt du, ich kenn da jemanden, ich glaub der braucht eher als ich. Wer? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Geile Nutter, Alter. Ey, schau mich da mal rutsch an, Alter. Schlampe. Ey, schau mal rauf, schau mal rauf. Schlampe. Wer ist der scheiße Teil 2, Alter? Ja, Baby. Ja, komm schon, ja. Bring den Stecks rüber, Baby. Ja, ja. Okay, Mann. Ich komm gleich. Ich glaub nicht mehr lange und dann bist du John Wayne oder will ich gleich? Okay, Mann. Ja, wo? Kranke Scheiße Teil 3, tu es! Tu es! Tu es! Oh! Weihwasser! 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 Was ist Weihwasser? Weihwasser! Weihwasser Teil 3! Wie Neun! 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 Komm mach!! Iля! Wie Neun! Woah! Und jetzt du, angst du- Da ist es auch noch. Ja? Genau hier. Weiß ich, sie wird reingelatscht. Nein, warte hin. Ey wir sind alle, wir haben einen Wasserschlag gemacht. Die riecht jetzt nach Apfel, Alter. Das ist doch geil, Alter. Krankischeiße Teil 3. Ey Leute, Krankischeiße Teil 3 ist wohl geglückt, was? Sehr voll. Richtig schön voll. Das ist die Fettbämme, Alter. Fettbämme. Fettbämme, Alter. Das ist die Fettbämme, Alter. Fettbämme? 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 Fettbämme, Alter!